Oh-oh. Scheiße! Er hat ihn mit der bloßen Antibus durchlöchert, dass es... Warum habt ihr ihn nicht draußen gedacht? Wiggins! Er ist es! Mach's schon los! Jetzt? Ich soll's jetzt machen? Hättest du mir auch vor fünf Minuten sagen können. Ja, jetzt! Trauma im zentralen Nervensystem. Die Palumnenflügel kollabiert. Puls 143. Hör zu, Mann! Ich hab echt noch ne lange Liste Arbeit vor mir. Was ist das Ding da? Keine Ahnung. Könntest du das bitte rauskriegen? Ich muss es aufladen und... Dann mach es auf! Alleinsenergie wird umgeleitet. Seht bloß, wie viel es ihm bedeutet. Erstaunlich, oder? Sein Verlangen nach Rache, nach Vergeltung. Mach schon, bring's zum Laufen. Jetzt! Los, Marsch! Okay, okay. Was ist das, Eric? Gib mir eine Sekunde. Das doch auf meinem Bildschirm. Wenn es bei 100% ist... Das ist nicht gut. Ich schaff die Resultate. Den Knopf da. Welchen? Den Knopf? Nicht den, den da. Los, raus hier! Einer der beiden! Raus, Mitty! Verschwinde! Bring ihn wieder in seine Box! Ciao! Schließ die Tür und halte draußen Wache! Leute, das ist möglicherweise ein EMP. Was? Ein EMP, ein elektromagnetischer Impuls damit... Ich weiß, was ein EMP ist. Was zum Teufel macht er da? Oh, Scheiße, er hat das geplant. Schalt mich ein! Gehen Sie da raus, sofort! Komm, komm, komm! Ich will, dass Sie da rauskommen! Wir haben einen Punkt. Kann er mich hören? Er hat sich gemutet. Wie kann er mich muten? Komm schon, komm schon! Weakens, du mieses Stück Scheiße! Wenn das Ding losgeht, sind wir am Arsch. Eric, regel das bitte. Ich weiß nicht, wer das macht. Irgendwas unterbricht, unser Signal. Du hast meine Frau ermordet! Deine Frau? Wovon redest du überhaupt? Die lügen dich an. Verstehst du? Ich hab gesagt, ich werd dich finden. Das Problem wär gelöst. Scheiße. Wir haben kein Bild mehr. Wer zum Teufel hat den Knopf gedrückt? So, jetzt haben wir sein Signal verloren. Wo ist das Signal? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich schalte oben aufs Satellit. Oh, was? Kannst du mir ein Bild auf den Monitor legen, bitte? Ich hab hier nichts auf dem Bildschirm, Eric. Da ist kein Signal! Meilenweit ist alles dumm. Eric! Ich hab hier gar nichts! Hallo! Hallo? Bist du noch da? Ray! Okay, vielleicht sollte ich die Spannung etwas erhöhen. Also glaub mir, das wird dir sehr viel mehr wie tun als es mir... Ach, vergiss es. Hey, alles okay! Ist gut, ich bin dein Freund! Ich bin dein Freund! Ich bin auf deiner Seite! Ich bin auf deiner Seite! Ja! Guck! Guck doch mal! Ich mach dich los! Da! Warte! Halt! Und Wiggins sagt, es wird Licht und es wartet Licht. Guck dir das an! Oh! Noch warm! Ich bin dein Freund. Und warte Handeln! Und dann nochmal ein bisschen... ... Ich bin, ja! Ich bin, ja! Und jetzt! Ich kenne mich natürlich um... Ich bin...